Eine junge Dame auf die Bühne, die ohne weiteres Chancen hat, hier den Titel in Karlsruhe zu erringen beim DTB-Pokal. Das ist Doxana Skaldina und sie liegt nach den ersten beiden Geräten auf Rang 2, dicht hinter Alexandra Timoschenko, der zweiten Russin, in diesem spitzen Feld. Sie zeigt hier ihre Kür mit dem Seil. Schwierigste Übung. Eine Schwierigkeit reiht sich an die andere. Und das sind Risikoteile, wenn die Gymnastin mit einem anderen Körperteil als mit den Händen das Handgerät fängt. Und Doxana Skaldina ist ein Temperamentbündel. Sie liebt schnelle Musik, sie liebt das Risiko. Sie ist 18 Jahre alt und kommt aus Kiel. Tja, fehlenlos diese Übung. Bisher hat sie jeweilige Wertungen über...